Musik Abgestürmt, die kann das Ja Schau mal hier durch Du siehst... Wie sieht das so, da sind so viele Musik Ja ja, die macht das hell Musik 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 Die Nummer schildern musst du wegmachen. Mach ich, das kann man maskieren. Das sagt man. Aber das ist gut. Bino, der Wagen war aber nicht. Oder war das? Nein, das war in Deutschland. Das ist in Deutschland. Ach, das hast du in Deutschland gekauft? Nein. Wir haben hier gelauft, dass wir in Deutschland bauen. Ja, genau. Aber hattest du nicht... Ich habe in Deutschland auch. Bino, hattest du nicht in Deutschland auch so einen? Ja. Das meine ich doch. Das meine ich doch. Ja. Das sind 1750, das ist der Wettbewerb. Wie viel ist der Wert, Bino? Also so wie ich stehe, das sind 15.000 bis 20.000. 15.000, 20.000 Euro. Ja, genau. 15.000 Euro stehen. Und restauriert. Ist ja. Und restauriert. Ist ja. Ja. Und brennt. Der Motor, oder? Lackiert aus dem Markt. Wen? Ist der ein Austauschmotor? Nein, der Motor hat mich total in der Ocke. Verstehen. Aber alles. Alles. Alles direkt. Okay. Okay. Kaffee haben wir? Nein, nein, nein. Wir haben zu gemeldet. Gar nichts. Ist das Beuer 63? Ich noch. Beuer 63? Ja, das ist 62. 62 mit... Muss ich das auch verdecken? Nein. Hör mal. Warte, oder? Okay. Warte, oder? Ja, perfekt. Gut. Aber wir haben ja auch so einen Grund, warum ich hier hinbekomme. So was sehen die Leute gerne. Ich wollte sie nicht alle Tage sehen. Wie alt ist der? Aber das ist jetzt im Grunde genommen ein Short-Auto, oder? Oder ist das auch noch? Das ist ein Auto. Das ist ein komplettes Auto. Das ist nur... Die Sitze habe ich weggeworfen, weil die waren vermacht. Und irgendwie hat sie die Dinge genommen für seine Auto. Das kommt alles drauf. Kann ich mir ja nicht löschen. Immer und... Wenn du im Video das Auto siehst und sagst, ich interessiere mich dafür. Wie viel würdest du das Auto aufdrehen? Ich habe normalerweise für die Sitzteile. Das ist für die Duettung. Kann man ja nicht mal aufmachen. Alles klar. Für den Speider? Nicht für den Speider. Er hatte die Teile. Also der Vergaser. Und das Ding vorne. Und der Stemmer. Das ist ein alter Passat. Das ist ein alter Passat. Das ist ein alter Passat. Da sind Kiwi eingewachsen in Weintrauben. Da sind Kiwi eingewachsen in Weintrauben. Die sind gegen die Sonne. Ja. Original italienische Kaki. Drbecue. Die Far methadet. V 함es Brechen. Dr Vielen Dank.